Look for the light Ja, äh, Leute, grüßt euch Ich, äh Bin allein gelassen worden Von Benjamin, von Dem Mann, dem dicken Jungen, wie ihr ihn alle kennt Äh, ich hab dafür Einen Ersatz, einen anderen dicken Jungen Äh, den ich Den ich auch schon Den ich auch schon, äh Ja, öfter mal, äh, geschoutoutet Hab hier, äh Bin ja in einem Ja Podcast, in dieser Radiosendung, wie man früher Sagen würde Äh, ja, wir reden heute Über Episode 2 von The Last of Was ich freu mich, ähm, vor allen Dingen ist es Sein Release hier im Podcast, äh Ja, äh Ich darf vorstellen, äh Paul Luca, äh, Betonung Liegt auf Luca Ja Ja, bitteschön Stell dich vor, mein Freund Ja, hallo Ich bin Paul Das reicht auch schon Was den Namen angeht Auch wenn Ronny das manchmal Nicht mehr gerne mag Ja, äh Ich bin Der, der sehr oft gegrüßt Weil dann Ronnys Klasse ist Und sehr oft dumme Sachen sagt Ja, äh, Verfassungs 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 Wollte ich sagen Verfassungsschutz Äh Schwierige Sachen sagt Wo du mich auch sehr oft zubringst Wirst man sagen Ich bin eigentlich ein sehr harmloser Mensch Ja, naja Okay Ähm Ja, Paul Äh The Last of Us Äh, was Ich wusste ja immer, dass The Last of Us existiert Aber ich hatte nie eine Playstation Deswegen konnte ich die spielen Und Also diese Kernprämisse kannte ich halt immer Von Diesem Virus Oder halt eben In dem Fall jetzt die Pilz Der Pilz, der sich halt verbreitet Und halt Ellie und Joel Ich glaube, das sind halt die Sachen Die kennt man einfach Ja Und sonst halt überhaupt nichts Ja Ja, das ist auch gut Äh, weil ich das immer schön finde Auch von Leuten das zu hören Ähm Die halt nicht in der Perspektive sind Dass sie die Spiele gespielt haben Oder aus dieser Perspektive die Serie schon Ich persönlich hab es Und ich persönlich kenn mich auch Also ich hab sie ja nicht nur einmal gespielt Ich hab sie dreimal Viermal Gespielt Auf jeden Fall Sehr oft schon Beide Teile Und Ja Deswegen geh ich halt Ran Mit Ja, ich weiß So mit die kleinsten Details Äh Ist bei den viermal Das Das einbegriff Wo du das mit acht Jahren gespielt hast Ja, nee Ich hatte es mit acht Jahren Ja nicht direkt gespielt Ich hab es mehr geschaut Auf YouTube Ähm Gespielt hab ich es dann Aber erst Ein paar Jahre später Aber nicht so viele Jahre später Also es war früh Es war zu früh Für The Last of Us Auf jeden Fall hat mich der Anfang Äh, sehr Ja, verstört Kann man Sagen Ne Kann man verstehen Ja Kann man verstehen Ja Okay Äh, wir sind aber Jetzt in der zweiten Folge Ähm Wir Wir haben die beide Äh, zweimal schon geschaut Ne Ich hab die Ich hab die gestern nochmal geschaut Und dann natürlich Montag Wir nehmen Mittwoch auf Also Morgen kommt die Folge raus Am Donnerstag Ihr habt es fast geschafft Wir noch nicht Wir schreiben Mathe Morgen Quasi Ne Äh Äh Deine Meinung Deine Meinung zu Mathe Mal schauen Mal schauen wie es dieses Mal wird Ich hoffe besser Diesmal sehe ich mich gar nicht Ich schon Ist eh so Seit Seitdem Seitdem Ich mit Paul Besser befreundet bin Äh Ist das so Dass wir Allgemein Äh Also ich Werd besser Und er wird schlechter Also irgendwann kommt der Punkt Wo wir uns treffen Äh Und Und ja Dann einfach Ne Mal schauen Ist ja auch egal Äh Wir machen jetzt The Last of Us Äh Folge 2 Und Ja Ganz allein gelassen Hat uns Benjamin Trotzdem nicht Er hat mir nämlich Ein Ja Roman geschrieben Auf Whatsapp Äh Den ich Sagen soll In der Episode Er wird Nächste Folge Dann denke ich mal Auch nochmal was sagen Wo er dann hoffentlich Mit dabei ist Ähm Ja Also Äh Das werde ich So teils teils Immer mal Äh Einstreuen Ähm Während der Folge Wo es halt passt Wo fängt es denn an Bei ihm Ah ja Genau Jakarta Äh In Jakarta Äh Fängt die Folge an Was sehr ungewohnt ist Weil das gibt es In Spielen nicht Aber wir haben In der letzten Folge Ja schon gehört Ah ja Da ist ja was mit Jakarta Ähm Genau Und Dort Dort äh Wird eine Wissenschaftlerin Die gerade Mittag ist Vom Militär abgeholt Und halt In ein Labor gebracht Die Ja einen Infizierten Untersuchen soll Und halt herausfindet Oh scheiße Hier ist der Cordyceps Und ihr wird ziemlich schnell klar Ne Also sie weiß es Da sie ihr ganzes Leben Daran geforscht hat Äh äh Hier gibt es kein Heilmittel für Bombardiert die Stadt Abfahrt Und Abfahrt Genau Und Ja was ist das Ja okay Achso ach ich weiß jetzt Ich hab nämlich ewig gebraucht Bis ich die Nachricht verstanden habe Wie er es gemeint hat Ähm Ja der Prolog hat bewiesen Dass es eine HBO Serie ist Naja es gab halt viel Es gab halt blanke Haut zu sehen Ähm Bei der Leiche Aber Ja Also eine HBO Serie ist für mich Mehr als blanke Haut Eine HBO Serie ist für mich Explizite Ähm Bumse Sehen Äh Sehen Ähm Ja Was sagst du zum Prolog Ähm Ja war auf jeden Fall Cool gewesen Ich hab lange gebraucht Um zu checken Was überhaupt abgeht Äh Bis dann irgendwie Der Klick kam Das ja in der ersten Folge Ja in dem Radio War das ja glaube ich Der Cord Jakarta angesprochen wurde Und dann wusste ich relativ schnell Okay Da wird es wahrscheinlich angefangen haben Ja Ob es da wirklich angefangen hat Hm Kann ich jetzt auch noch nicht sagen Es kann ja immer natürlich noch woanders sein Weil es hat sich ja Der ganze Welt verbreitet Äh Wird halt relativ gleich sein Weil wie ja gesagt wurde Sobald die Wald wärmer wird Kann dieser Pilz scheinbar mutieren Und halt Menschen auch anfallen Nicht nur Ameisen Das hat mir in der letzten Folge gesagt Zur Folgengesprächung Ähm Oder erzählt Es gibt halt wirklich diesen Pilz Den Cordyceps Und Ja es gibt auch Er fällt genauso auch die Ameisen an Und kann die kontrollieren Also es ist Wirklich Das mit realistischste Zombie Quasi wenn man es Zombies nennen kann Ich hasse das Wort Zombie Ähm Deswegen nenne ich sie Infizierte Oder halt dann richtig bei den Namen Äh Ja da 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 Macht es halt die Ameisen quasi Dieser Pilz zu Infizierten Ähm Oder zu wildenlosen Wesen Ich hab glaube ich auch übrigens Nach der ersten Der Last Ich hab die gleiche Doku Zu diesem Pilz angeguckt Wie ihr Mit dem Ameisen Ja es kann sein Es gibt ja von National Geographic Ja genau Ah ja genau Dann war es da War das die Jo Ähm Dann kommt das Intro Also Ja Das kann man sagen Oder hat Benjamin noch was geschrieben Was er Ne Dann äh Geht es erst später weiter Genau Als Intro kommt Ähm Ist das gleiche Also es ist jetzt nicht wie bei House of the Dragon Oder Game of Thrones Dass es sich verändert Zumindest ist es mir nicht aufgefallen Ähm Vielleicht passiert das ja auch noch War ja bei House of the Dragon Auch erstmal so Obwohl ne Bei House of the Dragon War es schon Ja obwohl doch Ja Ne ich glaube bei House of the Dragon War es Gab es ja erst Ab der zweiten Folge Ein Intro Und dann In der In der dritten Folge Hat sich das glaube ich Nicht verändert Kann mich aber auch täuschen Ist schon ein bisschen her Äh Dass ich Dass ich House of the Dragon House of the Dragon Gesehen habe Hast du ja auch geschaut Aber es hat sich verändert Aber erst später Ja später Ich glaube so Sechste Folge oder so Da auf jeden Fall Äh Ja das hat sich dann auch Immer öfter verändert Weil ja immer öfter Leute Geheiratet Oder gestorben sind Ähm Genau Aber Zur anderen HBO Serie Jo dann Ähm Springen wir wieder da rein Wo wir quasi aufgehört haben Äh Sie sind Außer der Quarantänezone raus Joel, Ellie und Tess Und Ja Ellie wacht halt auf Und Tess und Joel Beobachten sie halt Und rüchten eine Waffe auf sie Weil Naja Sie ist ja infiziert Ja Da hat man halt Angst Dass es ja jeden Moment Passieren kann Dass da Wie sagt man Dass das Willenlose durchkommt Ja das dann halt hier der Pilz durchkommt Ja und hier dann Sie die alle anfällt Aber ja Es passiert nicht Ähm Dann gibt es eine witzige Szene Wo sie Wo sie Wo sie halt Ähm Dann So ein Magazin zugeschmissen kommt Um Um Auf Klo zu gehen Äh Ja Also So wischt man sich Also in der Postapokalypse Das Popöchen ab Ähm Fällt ich jetzt nicht so angenehm Ich bin schon ganz glücklich Mit Mehrlagigem Toilettenpapier Obwohl ich es lieber mit Magazinseiten machen würde Als mit ähm Toilettenpapier Was man in der Schule hat Ja das stimmt Das stimmt Das reibt dir dein Arschloch so weg Ey Das kannst du nicht Aber du nimmst halt so drei Rollen Und legst die halbwegs übereinander Dann kann man es halbwegs machen Ja aber es ist halt auch so arschrau noch Es ist halt nicht soft Ich brauche halt Also ich Ich habe ein empfindliches Arschloch Und das Was ich halt auch nehmen Und an diesem Toilettenpapier Auch noch irgendwelche Pilze dranhängen Die die Kontrolle Nicht übernehmen Ey Du musst nur mal dieses Toilettenpapier Dir genauer anschauen Da siehst du so Wie da so blaue Punkte Grüne Punkte drin sind Ich weiß nicht aus Was die jetzt recycelt haben Ich will es auch gar nicht wissen Ich denke da einfach nicht drüber nach Ich nutze es auch nicht Weil ich Nicht Nicht auf In der Schule Auf Klo Also eher auf Toilette Also auf Kacken gehe So Ja Das war Das war der Das war der Das war der Ekel-Exkurs Bei Watchers of the Screen Ohne Benjamin Wird die Wird die Folge Ich merke schon Die wird schon ehrenloser Einfach so Benjamin ist immer noch So der Faden Der so Das 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 Gute Das Das Hochwertige Das Intelligente Dran hält Aber jetzt Das war noch die letzte Säule des Niveaus Dieses Podcast Ja Wirklich Also das ist jetzt wirklich Pures Pures Ehrenloses Scheißzeug Was jetzt abläuft Aber ich versuche es So gut zu retten Wie es geht Ich vermute Benjamin wird sich die Folge nicht anhören Weil er Benjamin ist ein sehr arroganter Mensch Das kann man sagen Da er sich die Folge nicht anhört Kann ich auch über ihn ranten Und ja Er ist Arroganter Mensch Kann ich sagen Er ist ja auch dick Das möchte ich auch immer gerne erwähnen Ähm Ja Naja Muss Muss er wissen Ähm Ja Mit dem Niveau Hilft er ganz gut weiter Aber sonst Sonst ist er halt Ja Filmwissen hat er ja auch ein bisschen mitgebracht Naja Mal gucken Bei Benjamin Tja Aber Paul Ähm Dann geht es weiter Das möchte ich auch nochmal schnell anmeinen Dass das nicht ernst gemeint war Obwohl vielleicht schon manche Sachen Wer weiß Also dass Benjamin dick ist auf jeden Fall Äh Das möchte ich anmeinen Äh Ja Und zwar geht es dann weiter Äh Indem Sie sagen Okay Wir machen los Und Ellie ist dabei Ein Also ist davor Das geile Chicken Sandwich Das Chicken Sandwich Ich hab noch nie etwas schmackhafteres gesehen Als dieses Sandwich Ja ne Mh Das war wirklich lecker Boah nein Da hätte ich Dieser geile Kontrast noch dann mit Tess und Joel Die dieses Gammelfleisch essen Das stimmt Das war Das war Das war witzig Aber ja der Last of Us hat halt auch Zumindest jetzt Noch Diese lustigeren Szenen Das finde ich Oder die auflockerenden Szenen Das finde ich schön Finde ich schön Äh Kann man machen Top Äh Ja Also das hätte ich auch sehr gerne gegessen Äh Obwohl ich kein Fleisch esse Erzähl dir mal so stolz Seit vier Tagen oder so Ne Es ist schon länger her mein Freund Es ist schon Fast Also ne Es ist über eine Woche her Ja Ist ja auch egal Ähm Und Warte Das muss ich jetzt live im Podcast lernen Äh Hast du es durchgehalten? Ich vermute nicht Ja ne Wir sollten jetzt Wir sollten nicht zu weit von Von der Serie abkommen Ja Ich weiß aber Ich will wissen Weil Paul Kurz mal Kontext Für die Zuhörer Paul Sag Er hat stolz verkündet Am Wann war es? Montag? Na ich Nehmen wir Das fängt jetzt schon ganz falsch an Ja Ronny kam in die Schule Hat das stolz verkündet Ja Nein 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 Nicht am Montag Auf gar keinen Fall am Montag Ich habe verkündet Äh Letzte Woche Mittwoch Seit Mittwoch Seit genau einer Woche mache ich das Für euch seit über einer Woche Ähm Dass ich jetzt kein Fleisch mehr esse Weil ich Da schon mehrere Monate drüber nachgedacht habe Äh Kein Fleisch mehr zu essen Da wäre wirklich so ein Wichser Äh Und Und Ja da Das habe ich dann durchgezogen Weil ich dachte Okay Wenn du jetzt nicht anfängst Machst du es nie Wenn du immer sagst Irgendwann will ich Irgendwann will ich Machst du es nicht So Und da Ja Hat Paul dann Am Montag verkündet Naja gut Da mache ich das jetzt auch Und wir wussten Also Es gibt noch Es gibt noch Einen guten Gutten Mann In der Klasse Äh Shoutout geht raus An Anton Äh 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 Ja sorry Ähm Also Die Story ist schon ganz falsch abgeändert Ja Dann erklär sie doch mal Dann erzähl sie doch mal Ja Was ist der Tag wo du mit dem Doch das war doch wo du mit dem Pizzen reinkamst Ne Nein Das war Montag Das Ich wo ich mir Bist du Bist du Jeck Ich bin gerade ganz falsch in der Zeitlinie unterwegs Alter Letzte Woche Letzte Woche Mittwoch Seitdem Mach ich das Tja Auf jeden Fall Äh Hat er dann Das stolz verkündet Und Äh Geilt sich dann Ja mit Auch von mir Grüß raus An Anton Darauf auf Dass er kein Fleisch mehr isst Und dann haben sie mich dazu gedrängt Auch kein Fleisch mehr zu essen Ja Und ich muss auch Jetzt bevor jetzt irgendwas kommt Ja Ich erkenne an Dass Leute Leute die kein Fleisch essen Bessere Menschen sind Kontroverse Aussage Schon mal reinbringen Jetzt hier Ähm Aber Sache ist Ich möchte auch Dass meine Eltern Mich noch weiter In meiner Zukunft finanzieren Und da Da kommt das schlecht Wenn ich jetzt komme Ich bin Vegetarier geworden Ja Paul Ähm Also hast du es nicht geschafft Es gab Vorfälle Wann Ja Okay Okay Jetzt müssen wir Scheiße Es tut mir leid Es tut mir leid Leute Es geht gleich mit Last of Us weiter Aber es muss jetzt geklärt werden Wir müssen die moralische Frage stellen Was ist besser Ja Das vorhandene Fleisch Was noch im Kühlschrank auszufinden ist Wegzuschmeißen Oder das noch zu verzerren Ich frage Anton Ganz kleinen Moment Das mache ich jetzt live Hier im Podcast So Pass auf Hey Anton Na Wie läuft's Äh Und zwar Ich sitze gerade In der Podcastaufnahme Mit Paul Äh Es ist gerade live Äh Und zwar Sagte Paul Gerade Dass er es natürlich Wie wir beide wussten Nicht schaffen wird Vegetarisch zu bleiben Und zu essen Ähm Aber Naja Ich sag mal so Äh Dann noch eine kontroverse Sache Hinterherschmiss Und zwar Ja Ähm Sollte man nicht lieber Ja Das vorhandene Fleisch Im Kühlschrank noch essen Oder wegschmeißen Ist ein guter Punkt Aber meine Sache Also meine Meinung dazu wäre Einfach zu sagen Ja nö Ich esse es ja nicht Aber es essen ja noch andere Die im Haushalt leben Bedeutet Du bist nicht der Einzige Der es essen muss Ich hätte mal gerne deine Meinung dazu Mach's gut Pussy auf die Pussy Ich muss auch sagen Wollt Da 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 Paul Willst du mal Werbung machen Wir sind ja Wir sind ja auch quasi Wir haben jetzt eine gewisse Reichweite Mit Watchers of the Screen Ähm Willst du nicht mal Werbung machen Du 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 hast ja auch Vor quasi Mit mir Unter anderem Und Anton Und noch einer anderen Ähm Figur Aus der deutschen Literatur Ähm Ein 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 Projekt So Zu gestalten Erzähl mal Äh ja Es wurde Heute wurden die vertraglichen Bausteine dafür gelegt Kann ich bestätigen Es gab wirklich einen Vertrag Äh Dass für Also dass ich Einen Podcast mache Name Steht schon fest Aber Ich will dich jetzt nicht ansprechen Weil ich glaube Da ist noch einiges an Erklärung nötig Was den Namen angeht Ja das stimmt Das machen wir nicht In einer Last of Us Folge Und genau Ronny ist auch dabei Anton und Ein gewisser Finanzhai Ein gewisser Jo Genau Das kann ich bestätigen Und Das Thema des Podcasts Wird sein Solche Intellektuell Wichtigen Diskussionen zu führen Ja Auf eine Ja Mehr oder weniger Witzige Unterhaltsame Art und Weise Wenn ihr das mögt Oder wenn ihr das gerade gemocht habt Was wir Was wir Gerade veranstaltet haben Sowas in der Art Als Unterhaltungsform Euch anzuhören Dann Braucht ihr nicht mehr lange drauf warten Ich werde es natürlich hier auf dem Kanal auch teilen Den Podcast und alles Wartet gespannt Wartet gespannt Darauf Dass das passiert Ich habe auch mega Bock drauf Weil es etwas anderes ist Du Redest mal nicht über Filme Oder Serien Was ich zwar fast den ganzen Tag mache Aber Auch mal über Über solche Themen Wir Wir finden es witzig Wir haben da Spaß dran Bestimmt Kann ich mir vorstellen Ja Ich Ich freue mich Wenn ihr da reinholen würdet Und Und bei Zeiten Gibt es dann halt auch Die Links dazu Und die erste Folge Genau Jetzt gehen wir zurück Zu 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 Die Last of Us Weil Es ist eine Last of Us Folge Aber natürlich Bei so einer Einführungsfolge Musst du natürlich auch ein bisschen was erklären Was mit dem Gast ist Und so Deswegen verzeiht uns das Ich werde natürlich Wenn Anton zurückschreibt Oder zurückschickt Ähm Dass wir anhören Oder Anschauen Äh Um Um dann Eine Bestätigung zu geben Äh Wenn das Jetzt nicht mehr passieren sollte In der Aufnahme Wird das In der nächsten Folge passieren Also Keine Sorge Die Auflösung kommt Mhm Gut Die Last of Us Also sie machen Nachdem sie das Chicken Sandwich gegessen haben Und das Dörrfleisch Äh Machen sie los Ins Äh Ja Boston Ins kaputte Boston Ähm Wo auch diese Wolkenkratzer aus den Spielen zu sehen sind Äh Mega geil Das sieht einfach Bombe aus Ja Total Total Bombe Also Total Bombe Ist das Ähm Ja Wer das Wortspiel nicht verstanden hat Also Die Bomben werden später noch Relevant Die Bomben werden gezündet Äh Die Bomben wurden gezündet Und werden gezündet Ja Dann äh Geht das ein bisschen durch Ähm Sie kommen in einem Hotel Dann gibt es eine Szene Die auch in den Spielen vorkommt Ich möchte nicht verraten Ähm Wann Aber sie kommt in den Spielen vor Äh Das Mit der Hotelrezeption Äh Äh Obwohl ich sagen muss So in der zweiten Folge Dass er eher aufgebaut wurde Dass Tess und Ellie Eher mehr connecten Als Ellie mit Joel Ja Aber es Es wird halt in den Spielen Auch Ähm Erstmal So Connected Mehr oder weniger Äh Auf die Art Also Es geht wirklich langsam voran Aber sie connecten Halt immer mal ein bisschen Ähm Genau Das werden wir in den späteren Folgen Auch sehen Äh Genau Ja Aber Ähm Danach Äh Haben sie Sind sie im Hotel Und dann geht es nicht weiter Dann Genau dann fragt nämlich Ellie etwas über Über Joels Vergangenheit Ähm Und er sagt dann gleich hier Ne lass es Möchte ich nicht Genau Ähm Wie geht es denn dann weiter Paul Ähm Genau Dann Hat Tess Ist halt ein bisschen über das Hotel geklettert Hat geschafft eine Tür zu öffnen Und da haben sie von so einem Balkon runter geguckt Und haben da erstmal runter geguckt Da war ein riesen Haufen Von Infizierten Ja Und da wurde Was eingeführt Was so wie ich es mitbekommen habe In den Spielen kein Ding war Ja Dass sie so Connected sind Korrekt Äh Das ist in den Spielen nicht so In den Spielen ist es eigentlich Ja Es ist noch simpler Es ist einfach so Sie sind nicht connected Fertig Aber sie sind halt Sie sind halt Auf Geräusche Und auf 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 halt einfach Sachen Äh Getrimmt Aber es sind sie auch so Also Ja in Spielen ist es einfach nicht Dass sie connected Connected sind So wie sie in der Serie Connected sind Ja Äh Das würde ich am Ende eigentlich schon mal ansprechen Weil Da wird das jetzt ja nochmal Aufgeführt Ich habe das Konzept Davon noch nicht ganz verstanden Naja Ähm Es ist so Dass Äh Pilze Äh In Wirklichkeit Auch so In der Art Connected sind Miteinander Also das ist nicht aus Aus dem Arsch gegriffen Das ist wirklich so Äh Benjamin hatte dazu auch Irgendwas geschrieben Äh 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 Ah ja genau Neue Logikband Erster Gedanke Trashig Ja okay Er fand es erstmal trashig Ja Stimmt schon Irgendwie Was genau Ähm Na jetzt die so verbunden sind Miteinander Ähm Ja Interpretationssache Ähm Aber dann schreibt er nach dem Ende Eher mehr interessant Äh Ja Stimmt Äh Dann schreibt er aber auch noch eine Angst Die er hat Dass das halt aufgepasst werden muss Dass diese Logik beibehalten wird Weil Bei The Walking Dead ist das ja zum Beispiel so Ist jetzt kein direkter Spoiler für The Walking Dead Aber Die erste Staffel Zombies Oder Beißer In The Walking Dead sind anders Wie dann in den Folgenden zehn Staffeln Äh Die sind Schneller Äh Und 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 können klettern Ähm Und dann halt Den Rest nicht mehr Äh Bis dann halt Ein Punkt Relativ spät Zur Geschichte kommt Wo dann auf einmal Diese Dinger Schotten wieder Äh Doch wieder Äh Ins Spiel kommen Aber Nicht Ich möchte nicht mehr zu sagen Weil Es wäre ein Spoiler wahrscheinlich Ähm Genau Aber sie wurden halt dann Auf eine billige Weise Wieder rein erklärt Das kann ich So viel kann ich sagen Äh Und Das ist halt ein Kontinuitätsproblem Glaube ich aber nicht Dass das bei The Last of Us passiert Weil The Last of Us Wird eh keine Elf Staffeln haben Äh Deshalb Ähm Glaube ich das nicht Die Last of Us wird maximal Drei Bis vier Staffeln haben Äh So wie ich mir das vorstellen könnte Weil der zweite Teil ist Im Spiel halt noch erheblich länger Wie der erste Der zweite Teil ist vielleicht Dreimal so lang Wie der erste Teil Ähm Ähm Ja was hat er noch geschrieben Ah dann hat er es auch nochmal Mit den Mit den Pilzen so geschrieben Ähm Ja genau Also ja Das habe ich aber auch Schon mal gehört Dass ähm Pilze halt so Ähnlich Äh Wie er es schreibt Äh Miteinander verbunden sind Oder kommunizieren Hat er es noch geschrieben Äh Das was war dann noch Ähm Mh 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 Effekt haben Ja gut Genau das mit The Walking Dead Ähm Letzte Szene Äh Ja gut Letzte Szene Ist dann erst Äh Ja und dann Sagt er nochmal was Zur letzten Szene Das mache ich dann später Wenn wir dabei sind Oh ja es geht dann weiter Wie geht es weiter Paul Ähm Genau dann Fällt den auf Da können sie jetzt erstmal nicht lang gehen Weil sie hatten Vorher quasi überlegt Nehmen sie den Den Shortway Oder den Longway Mh Und das war jetzt Der Longway gewesen Oder Äh Ja Genau und dann Okay Müsst ihr eben den Kürzeren Nehmen der Ja anscheinend Wussten sie schon Gefährlicher sein wird Mh Und der ging durch Eine Ein Museum Und ich würde sagen Jetzt beginnt quasi Der Ich finde ich nicht Ein gruseligerer Teil Sondern der Da wo man so als Da wo man so als Zuschauer Ein bisschen gespannter dabei ist Ja ganz klar Äh Weil da wird es Da wird es atmosphärisch Da wird es Äh Schaurig Etwas zumindest Äh Ja und zwar Ähm Kommen sie ins Hotel Ein Teil stürzt ein Und das Ähm Hört Etwas Und zwar Hören das Infizierte Und zwar zwei an der Zahl Ähm Aber nicht irgendwelche Infizierten Die wir schon in der ersten Folge gesehen haben Die halt irgendwie krass schnell rennen können Wir hören die zwar auch Aber Bei denen ist es Die haben Nachteile Die können nicht sehen Aber die haben Vorurteile Die können viel krasser hören Als alle anderen Viel viel krasser hören Also richtig richtig krass hören Äh und zwar Klicker Äh die Ein sehr schönes Geräusch machen Nicht wahr Ich finde das absolut eklig Als du wirklich nicht grüßt Ich krieg immer Wenn ich das höre So einen kleinen Würgereiz Das ist echt schrecklich Ja das ist wirklich Das ist das Das Sounddesign ist schon geil Von den Dingern Allgemein von den Infizierten Oder Allgemein in der Last of Us Das Sounddesign ist echt nicht schlecht Richtig gut Ronny hat jetzt Ronny hat jetzt auch die Idee gehabt Das Geräusch sich als Wecker zu stellen Ja Ich finde es ist keine schlechte Idee Ich werde das mal ausprobieren Ähm Vor der Mathearbeit Damit du mal vor was anderem Angst hast Ja Weißt du da kann ich das ein bisschen ausgleichen Da habe ich mehr Angst davor Zumindest für zwei Sekunden Als vor der Mathearbeit Ist glaube ich guter Deal Äh Ja Auf jeden Fall Ähm Geht es dann Geht es dann Geht es dann Äh los Dass die halt sehr ruhig sein müssen Sehr sehr ruhig Also die dürfen gar nichts sagen Nicht mal irgendwie flüstern oder so Weil das hören Die Klicker Ja Und Ellie sieht halt das erste Mal So einen Klicker Wirklich Ähm Und hat halt Schiss Und atmet lauter Sie atmet wirklich nur lauter Und die hören das Und werden aufmerksam Und entdecken die dann Und dann geht es ab Ähm Ganz Action Time Äh Und die sind halt auch erst schwer zu killen Ne Ja Also Eine Achse in den Hinterkopf bekommen Mehrere Schüsse Und die Dinger stehen immer noch Ja Ist in den Spielen aber ähnlich Also die kriegst du auch nicht Mit einem Kopfschuss kaputt Ja Da Da musst du auch erstmal so ein bisschen Den Panzer wegballern Also zwei drei Schüsse Sind da schon Mit bei Und ich muss auch sagen Ich finde immer noch Das fand ich schon in der ersten Folge Von The Last of Us immer Das gruseligste an Infizierten Ist irgendwie Nachdem ich The Walking Dead Staple 1 geguckt hab Dass die einfach rennen können Das ist für mich so ungewohnt Ja Aber einfach Dass das Ding lossprintet Wenn das nur Und wie Äh Wirklich Oder auch später Wo Joel auf die Glasscherben tritt Und das Ding springt Über diesen Schrank drüber Ja Das war wirklich auch geil gefilmt Einfach Es war so Actioncam mäßig gefilmt Äh Ja Er tritt auf die Scherben Und Ne Es geht nicht außen rum Und rennt In den Spielen Konnten die das nämlich nicht In den Spielen gehen Wären die da außen rum gegangen Und wären da Ausgerastet Hätten die sich wahrscheinlich Trotzdem irgendwie bekommen Äh Ich hatte halt auch Diese Erwartungshaltung Dass die einfach Drum rum gehen werden Ja Das hab ich halt auch nicht gesehen Auf einmal hechtet das Ding Über diesen Schrank da Oder über diese Vitrine Und 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 stürzt sich da auf Joel Was ich krass finde Also wirklich Wow Ähm Ja und dann kommt Tess halt Rammt dem Ding In der Axtrein Passiert nix Da muss Joel erstmal Ein paar Mal mit der MG draufballern Bis das Ding mal Am Boden liegt Äh Das andere haben sie davor schon gekillt Äh genau Äh Dann geht's Ähm Raus Und man sieht dass Ellie sich Ja Ellie wurde wieder gebissen Ähm Das ist auch anders Wie im Spiel Im Spiel wird sie nämlich Nicht mehr Gebissen Äh Und Also da Da hat sie halt die Infektion Und dann Was das halt mit Äh Beißen Oder gebissen werden Ja Äh Und 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 ja Da dachte ich Hä Warum das Aber das hat einen Grund Warum Äh Aber dazu kommen wir später Denn Tess hat sich am Knöchel verletzt Äh und er verbindet sich Diesen mit Klebeband Äh was ja glaube ich In der Not ganz gut ist Stabilisiert auf jeden Fall erstmal Er macht mir ja oft so bei so Muskelzehrungen Dass man meistens so ein Tape da drauf packt Ja Äh hatte ich Gott sei Dank noch nicht wirklich Äh Außer in meiner dunklen Fußballzeit Aber dazu mehr In In Poles Podcast Äh Ja Auf jeden Fall Äh Geht's dann Geht's dann weiter Ähm Und zwar Müssen sie zu Äh Dem Rathaus Das ist glaube ich das Rathaus Zumindest im Spiel war's das so Also es Sieht genauso aus wie im Spiel Und das ist glaube ich ein Gebäude Was es wirklich in Boston gibt Äh Ich glaube es ist das Rathaus Ähm Genau wissen tue ich es jetzt nicht Aber ich glaube es Auf jeden Fall Ähm Geht's dann Geht's dann Geht's dann runter Äh Wir klettern die alle runter da Ähm Und haben's quasi überstanden Aber dann passiert noch was anderes Paul Das passiert dann ja Okay warte Ich will erstmal gucken Denkst du das was ich jetzt denke Okay scheint so Äh Also Sie kommen Am Rathaus an Und Sind sehr verwirrt Weil es kommt niemand Oder sie sehen jemanden Von den Fireflies Äh Joel checkt da doch so einen So ein So ein Truck So ein So ein So ein Lastwagen Ja Findet auch nichts Und dann Denkst es sich Alles klar Scheiß drauf Wir gehen da jetzt einfach rein Öffnet die Tür Und Ja ich sag mal so Die Fireflies waren da Aber es ist nicht mal ein Zustand Wo man sie ansprechen konnte Ja das kann man Das kann man glaube ich Ganz gut festhalten Ja inzwischen Der war nicht mehr so gut Ähm ja Und Tess rastet dann halt Vollkommen aus Und weil Da wurde mir auch schon Zugetragen Dass da eine sehr große Diskrepanz Vom Spiel wieder Da ist Ja Kannst du ja mal erzählen Mh also Ich hab halt Nochmal Das Video von Movie Pilot Angeguckt Mh Weil ich Immer Du gehst raus an Eve Krise gehst raus Shoutout Weil halt Er genauso Wenig von den Ahnen Von den Spielen hat Wie ich Ja Stimmt Ihr beide seid euch da Ja und dann Wurde mir noch ein anderes Video empfohlen Wo ich nicht mehr mehr wüsste Von was das war Aber da Es kann sein Von Sebastian Äh So ein blonder Typ Das kann Das kann wirklich sein Ja Ja Und auf jeden Fall hat er dann angesprochen Dass da Eigentlich Fedra Die Fireflies Ja dann war das Das Sebastian Video Von Filmstarts Genau Ja auf jeden Fall Ja in der Serie Wurde es dann so erklärt Dass Einer von den Fireflies Infiziert wurde Und die sich dann im Endeffekt Alle gegenseitig umgeschossen haben Ja Ähm Fand ich Auch Noch Bisschen härter So Obwohl härter Naja gut Fedra hat halt Alle niedergemacht In Spielen Und Hier war es halt Quasi ein Infizierter Und dann gegenseitig Finde ich Finde ich beide Beide Varianten Ziemlich hart Und Ja Ich Ich finde halt Fedra wird jetzt in der Serie Von dem was ich so mitbekommen habe Jetzt nicht wirklich irgendwie Bedrohlich dargestellt Ich weiß halt Also gut dass es Nur eine Militärdiktatur ist Weil es angesprochen wurde Weil es die eine Szene gab Wo die drei Leute gehängt wurden Also ich kann dir So viel sagen Im Spiel Spielen die Eine etwas größere Rolle Ähm Zu diesem Teil Aber Danach Auch eigentlich Nicht mehr wirklich wichtig Äh Sie sind halt in dem Boston Abschnitt Des Spiels Ähm Wichtig Ähm Oder wichtiger Auch nicht so super wichtig Aber wichtiger Und Das ist auch eine Ähm Diktatur Eine Militärdiktatur Ähm Auch im Spiel Aber ja Sie spielen dann Nicht mehr wirklich Eine Rolle Oder Leute die die Spiele Gespielt haben Wissen noch eine Sache Die passiert Oder Die mit ihnen zusammenhängt Äh Aber Ja Das passiert dann erstmal Einige Zeit nicht Äh genau Äh genau Ja Paul Was noch Was gibt's noch Äh Was du uns erzählen kannst Genau Dann Streiten sich Tess und Joel Was sie jetzt machen wollen Äh Und Tess wird halt sehr Sehr Äh Ja Wie sagt man Ähm Ja Sie ist sehr Hektisch Hektisch Ja Und verbissen Beharrt sehr darauf Dass Äh Elli Weitergebracht wird Ja Und dann Äh Stellt sich Heraus Also Elli spricht an Dass Tess ja Womöglich Infiziert ist Ja Auch Wo ich das zum zweiten Mal angeguckt hab Konnte ich das Konnte ich das Immer noch nicht ganz Schlussfolger Wenn es nicht erwähnt Wurden wäre Naja doch Eben aus diesem Grund Dass sie auf einmal Eine komplette Stimmungsendung hatte Sie war ja Wo die dann aus dem Museum raus sind Schon zu Joel So abwesend Und hat ja gesagt Ey Elli muss gerettet werden Sie ist wichtig Ne Und Äh Jo Äh Anton hat geschrieben Okay Kurzes Intermezzo Nochmal So Warte 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 Äh Scheiße Ich lese das jetzt live vor Ich lese mir das jetzt nicht durch Äh Ähm Was er geschrieben hat Ich hoffe Hier ist nichts Schlimmes dabei Herr Anton ist politisch geredet Ja stimmt Der hast recht Ronny Du bist ein guter Bub Was Paul angeht Was Paul angeht War mir natürlich bewusst Dass er nicht die Willenskraft besitzt Um gegen die Verführung des Teufels zu widerstehen Ähm Widerstehen wird zusammengeschrieben Anton Ähm Was du gesagt hast Ist komplett korrekt Somal ja auch weniger Fleisch gekauft werden würde Würde Paul keins mehr essen Bedeutet Weniger mehr Lebensmittelverschwindung Das ist das geil Ähm So pass auf Außerdem war es Paul der gesagt hat Dass man sich auf die Probleme von heute Fokussiert Es gab heute im Deutschunterricht Eine Diskussion Äh In der ich mich sehr unbeliebt gemacht habe Ja kann man so sagen Äh Und als Abschlusswort noch Paul ist gleich untertan des Teufels Das sehe ich mich auch Muss ich sagen Ja Sehe ich auch Ich glaube das ist auch Wichtig anzumerken Das ist so ein Witz unter uns Dass wir uns immer versuchen so Äh Sprachlich sehr hohe Nachrichten zu schicken Ja Das ist wirklich so Ich mach das mit niemandem Also Zwischen Paul und mir Sind die wirklich so richtige Opfer Nachrichten Aber Wenn ich mit anderen schreibe Wie mit Ähm Anton Äh Dann Dann Wollen wir uns immer Mit Mit Wortwitz Aber mit gekonntem Wortwitz Beleidigen So Ich schicke Anton jetzt eine Sprachnachricht noch Ähm Und gebe ihm den Status Quo durch Also Anton Du hast uns damit gerade Ähm Entertainment technisch Richtig abgeholt Die Zuhörer und uns Äh Paul Äh Wurde richtig hart weggedisst Äh Finde ich gut Ähm Weiter so Dankeschön Schönen Abend dir noch Mach's gut Paul grüßt dich bestimmt auch Oder Also willst du noch was zu Anton sagen Ähm Ich akzeptiere deine Meinung Ja Ich sehe sie aber als falsch Er akzeptiert deine Meinung Sieht sie aber als falsch Ne Musst du wissen Naja Mach's gut So Äh Dann wird bestimmt auch gleich was zurückkommen Ja also Weiter bei The Last of Us Wir müssen zum Ernst der Lage zurückkehren Wir müssen zum Ernst der Lage zurückkehren Und zwar Tess ist infiziert Ich hab dir jetzt erklärt Woran man's schon gesehen hat Und dass sie halt hektisch wird Sie wird halt in einem Firefly-Ding Da Übelst hektisch So wo Wo Die müssen auch hier ein Walkie-Talkie haben Sie will halt Dass dieser Impfstoff gefunden wird Weil ihr es halt passiert ist Deswegen finde ich es Schon Dass man merkt Schon eher merkt Dass sie infiziert ist Oder Dass es sein könnte Dass sie infiziert ist Und warum es Ellie merkt Weil sie sich auf einmal Relativ Krass anders verhält Da mal die Frage Wann ist das passiert Im Museum Achso Sie war ja mal Zeitlang Nicht im Bild zu sehen Genau Deswegen Das hab ich mir halt auch gedacht Aber ich Irgendwie Der Der Biss Sie sah schon sehr alt aus Deswegen war ich da etwas Naja Sie hatte ja gesagt Schau mal Joel Guck mal Guck ihr Deswegen auch dieser Biss Von Ellie Der gezeigt wurde Warum sie auch nochmal Gebissen wurde In der Serie In Boston War ja Genau dafür Sie Hat Den Biss gezeigt Der halt 2-3 Stunden her ist Von Ellie Und hat dann ihren Biss gezeigt Der 2-3 Stunden her ist Und der sieht halt Viel heftiger aus Von Tess Bedeutet Damit hat Joel Und Tess Die Bestätigung Dass Ellie Immun ist Woher bei dem ersten ist Von Ellie Ja doch schon Irgendwas passiert ist Das sind ja irgendwie Oder das sind einfach nur Narben Aber Es sieht ja trotzdem Nicht ganz Gesund aus Ja Aber Es ist halt nicht krass Er sieht halt nicht so aus Wie es eigentlich Aussehen würde Ja genau Und das Ist gut Es ist gut Für die Welt Wahrscheinlich Das sieht halt Tess Dass sie damit Vielleicht wirklich Ein Heilmittel herbekommen können Wenn sie Wenn sie Ellie Zu den Fireflies bringen Dass sie da irgendwas Herstellen können Und ja Dann merken die das Und ja Aber dann ist das Was ist das Ein Infizierter Ich kann nicht genau sagen Es war glaube ich Ja ich kann es gar nicht Einordnen was es war Auf jeden Fall ein Infizierter Der aufwacht Da von Fireflies noch Aber nur kriechen kann Den schießt Joel in den Kopf Ja und Sein Arm landet halt Auf einer Pilz Auf einer Pilz Ähm Ader Würde ich jetzt mal sagen Ähm Und Da wurde ja gesagt Dass sie verbunden sind Und ja Dann kommt die Horde Vom Anfang Die halt das merkt Und da wo jetzt Die Nachricht geschickt wurde Hier sind Leben ne Und zack geht es sofort los Die stehen auf Es war wirklich echt gruselig Ich hatte Gänsehaut Die stehen auf Und zack Rennen die los Und Sind Relativ schnell da Während dieser Zeit Sagt halt Tess hier Du musst Ellie nach 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 Westen bringen Sie muss ein Heilmittel Gefunden werden Zu Frank und Bill Da kommen die schon ins Spiel Dazu mehr In der nächsten Folge Äh Und Abfahrt Joel nimmt Ellie mit Ellie hat keinen Bock drauf Aber ja Sie Muss ja mit Und Tess ja Versucht dann Das ganze Ding In die Luft zu Zu sprengen Und naja Paul erzähl mal weiter Was passiert dann noch Die Zombies Äh Sorry Infizierten Bei mir kommt das Am besten noch durch Stürmen In das Gebäude Und ja Tess hat ja vorher schon So Benzin Und Granaten Auf dem Boden Verteilt Und wollte sich jetzt Gemeinsam mit den Infizierten In die Luft jagen Und Muss ich ehrlich sagen Typisch Film und Serien Springt das Feuerzeug Nicht an Ja Und ja Es hat zwar etwas gedauert Aber schließlich Sind die Infizierten Dann auch auf Tess Aufmerksam geworden Und Ich hab's dir heute schon gesagt Aber Dieses Diese Pilzscheiße Die aus dem Mund rauskommt Ich find das absolut widerlich Ja Ist es Und dann gibt's erstmal Einen wiesen Zungenkuss Ja Einen Zungenkuss Von einem Von einem Runner Ist Ist wirklich Ekelhaft gewesen Äh Ne Wenn ich da Daran schon denke So Da komm ich nämlich Zu Benjamins Geschriebenem Ähm Er hat nämlich Zu dieser Szene Direkt auch was gesagt Und zwar Äh Letzte Szene Richtiger Schlag In die Magenkuche Im Spiel war diese Stelle Schmerzhaft Weil man Äh Viel Zeit mit Tess Verbracht hat Stimmt Äh In der Serie war Tess Äh Eine noch größere Autoritätsperson Als in Spielen Und Der Tod war sehr verstörend Der Der Kuss des Infizierten Wird mich noch lange Verfolgen Kann man bestätigen Oder Ja So Definitiv Ja Als jemand der die Spiele Nicht gespielt hat Mir war ja klar Dass Tess Irgendwas muss mit ihr Passieren Äh Weil Sonst wenn das ja so ein Trio gewesen wäre Würde ich sie ja auch Kennen Ohne die Spiele Ohne Also vor der Serie Aber man kannte ja immer nur so Ellie und Joel Aber ich muss sagen Ich hätte nie gedacht Dass das gleich in der zweiten Folge Passiert Ich dachte es dauert noch Na okay Da hat sich ja überrascht Weil das sagte Benjamin auch Es hat ihn Es war auch überraschend Ähm Weil der Tod auch anders ausgespielt ist Er ist am gleichen Ort Aber anders ausgespielt Dazu nicht mehr Das sollt ihr In den Spielen dann erleben Die es nicht gespielt haben Oder du halt Oder Ne Wenn ihr es nochmal spielt Aber dann wisst ihr es ja Äh Und Was er dann noch Schönes geschrieben hat War das Ähm Das Thema Die Folge heißt ja In fact Äh Dass dieses Thema infiziert Dann nochmal Äh Anders ausgespielt Äh Ja ich nutze jetzt das Wort ausgespielt Weil es halt so hingeschrieben hat Schreien geschrieben hat Oft Ähm Ja es wurde halt noch Noch mehr In Vordergrund gerückt Das Thema infiziert Ne Ähm Damit Einfach Ne Jo Genau Dann kommen noch Ein paar Sachen Ähm Ja Dialoge sind teilweise Wieder übereinstimmt Gewesen Wo Tess infiziert wurde Weil es Beispielsweise Das Fuck Von Ellie Ähm Ja und Äh Selbst Neure Unterhaltung Fühlen sich sehr Nach Videospielen an Ja Sie fühlen sich halt Authentisch nach Last of Us an Das kann man definitiv sagen Äh Dann gibt es noch eine Sache Die will ich jetzt noch nicht Vorweg nehmen Die könnte in der nächsten Folge Passieren Ähm Das wäre sonst ein Spoiler Ähm Weil bei der mit mir geschrieben hat Charles Dass das nicht reingeschafft hat Aber das könnte sogar sich noch In der nächsten Folge Könnte sogar in der nächsten Folge Sich Reinschleichen Wäre schön Wenn nicht Wäre es auch nicht so schlimm Dann sprechen wir es vielleicht In der nächsten Folge an Wenn wir dran denken Sonst Es ist jetzt nicht so wichtig Aber es wäre ein Cooles Detail Was ich jetzt nicht vorwegnehmen Möchte Wenn es noch kommt Ähm Genau Ja und dann Jagd Tess quasi Das ganze Ding in die Luft Ähm Weil das Feuerzeug Dann am Ende noch anspringt Bevor sie Äh Ja Ganz stirbt Aber sie Der Der Ich wollte gerade Walker sagen Der Ähm Runner Äh Ist aber gerade Richtig krass dabei Kann man so sagen Genau Und das war dann die Folge Von Folge 2 von The Last of Us Infected Äh Ja Was kann man Die Folge noch sagen Na ich möchte mal Herausheben Dann noch die letzte Szene Wo Man noch Joel und Ellie Rausrennen sieht Im Hintergrund Die Explosion Und dann Wie Ellie noch Alleine dasteht Wo sie dann Glaube ich Realisiert hat Die Quarantänezone Die war noch Kindergarten Gegen Dagegen was Draußen vor sich Geht Definitiv Und das fand ich Auch gut dargestellt Dass man sie also Alleine In einer kompletten Totalen Von einem großen Gebäude Von einer großen Stadt Stehen gelassen hat Als relativ Kleine Person Äh Einfach vom Bildausschnitt Gewählt Fand ich sehr gut Und hat halt Einfach wirklich so Das beschrieben Sie ist Eine Junge Person Die in der Riesigen Welt Die kaputt Ist Ja Allein ist Zu diesem Moment Mit Joel Äh Aber ihn nicht mag Und deswegen Bis jetzt Alleine ist Ähm Aber es wird sich Hoffentlich noch ändern Und die meisten Wissen Dass es sich Ändert Wie es sich Ändert Das erfahrt ihr Wenn ihr sehr Weiter schaut Oder Spiele Spielt Ähm Genau Ja Was noch Was gibt es noch Du trinkst erstmal Deine Deine Deinen Lipton Äh Eistee Zero Geschmack Für sich Ja Ist nicht Ist nicht Freiwillig Ich bin eigentlich In der Zitrone Fraktion Aber es gab Nichts anderes Bei mir Ich kann beides Trinken Ja Eigentlich Aber ich bin auch Also bei Lipton Bin ich Zitrone Bei Fuse Tee Ja Eigentlich auch alles Also ich mag Ich mag einfach Istee Ich bin Istee Fan Wir bringen aber auch heute Viele kontroverse Meinungen noch mit rein Damit die Kommentarspalte Auch aktiv wird Ja die muss natürlich Aktiv werden Ähm Die Kommentarspalte Was Was ist euer Lieblings Istee Und wie findet ihr Die Folge The Last of Us Äh Ja Boah Was gibt es noch Zu sagen Weil Gucken wir Wir sind jetzt Wir sind jetzt Mit einer Stunde durch Finde ich sehr angenehm Ähm Eine Stunde gequatscht zu haben Nur Äh Nicht weil ich dich Äh Den ganzen Tag schon An der Backe hatte Oder du mich Ähm Sondern weil ich Ja jetzt einfach Bock hab noch Einfach mal abzuschalten Und keine Ahnung Noch eine Runde The Witcher 3 zu spielen Nee also Es war eine Hammer Folge gewesen Muss ich sagen Auch wenn ich Sie erst beim zweiten Mal Gucken wirklich wertschätzen konnte Weil ich den sehr großen Fehler begangen hab Und Und Während ich Während ich etwas zu tun hatte Äh Die Folge geguckt hatte Und deswegen nicht ganz Bei den Gedanken war Das ist wirklich abgestanden Ja Guckt wenn man eigentlich noch Gerade Was ganz anderes macht Das kann ich auch nicht Also Ich bin ja Wie du ja selber weißt Du bist ja ein Äh Podcast-Hörer von uns Ein treuer Podcast-Hörer Ein krasser Podcast-Hörer Du hast wirklich Fast jede Folge von uns gehört Ähm Was ich sehr cool finde Mhm Und Da weißt du ja damit Dass Benjamin und ich Äh Sehr Naja Ähm Sehr große Große Arschlöcher sein können Wenn Wenn es Filme gucken mit anderen angeht Weil wir da Ja nicht Ticks haben Wir schauen Also wir Genießen halt den Film So wie er ist Und Konzentrieren uns halt nur Auf diesen Film Es wird komplett dunkel gemacht Das Zimmer Komplett dunkel Ja das mach ich auch Ich trinke nichts Obwohl doch Trinken ist in Ordnung Äh Aber dann aus einem Glas Und nicht aus irgendeiner Scheiß Plastiflasche Ähm Wenn dann aus einem Glas Was halt nicht ne Ab und zu trinken Klar Weil trinken ist Ist schon ganz gut Dabei Vor allen Dingen Wenn du halt einen langen Film schaust Oder so Dann willst du schon was trinken Essen ist komplett verboten Bei mir Also Essen Nicht Also zumindest nicht bei sowas Nicht bei The Last of Us Also wenn du jetzt in der Folge Oh jetzt Sunny in Philadelphia schaust Okay Dann Essen ist okay Mach ich dann selber auch Aber Nicht bei The Last of Us Aber bei dem Film Den ich zum ersten Mal schaue Besonders bei das erste Mal schauen Ist bei mir dann immer Dass ich da wirklich krass drauf achte Äh Ja Ich muss auch sagen Weißt du was Handy weg Handy Ey wenn einer ins Handy geht Ich spreche da ganz offensiv Mein Bruder an Alter Ich Ich kriege da Ich kann Ich breche die Folge ab Ne Ich breche die Folge Ich würde da am liebsten ausschalten Würde ich sagen Okay Sorry Kann man nicht mehr weiter gucken Ist kaputt alles Kann ich jetzt nochmal anfangen Danke Ja deswegen Ich Wenn ich was gucke Ich lege mein Handy auch mal An die andere Seite des Raumes Weil auch wenn ich Wenn ich nochmal Sehe Dass das neben mir Vibriert Und ich das halt merke Da habe ich so einen richtigen Drang Drauf zu gucken Das merke ich in der Schule auch richtig Ja In der Schule Ist das eh nochmal was anderes Naja egal Da kann halt auch Jemand der Nähe Eine Nachricht geschickt haben Ja das kann sein Dass dann jemand Zwei Reihenfolie Eine Nachricht schreibt Und dich schon anguckt Und sich kaputt lacht Und ich dann irgendwann Beschwerden bekomme Dass die Reihe Zwischen dieser Person Sich beschwert Dass ganz nett Eine Person Hinterklotzt Das finde ich auch eine Frechheit Ich mache ja nix Ich schaue ja nur hinter Naja Okay Gut So Zum Ende der Folge Wurde jetzt nochmal Die E-Mail-Bestätigung Mir geschickt Gut Auch gut Für 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 Wow Weil ich wollte eigentlich auch Nebenbei Weil ich habe mir heute Keinen Zettel gemacht Die Folge nochmal Step by Step Bisschen mit angucken Hat Paul auch gemacht Macht ja Benjamin auch immer Weil er so ein faules Stück Scheiße ist Und dick Ja Deswegen Alles gut Ich freue mich Schon auf nächste Woche Dritte Folge Die geht dann auch Glaub ich Habe ich schon gehört Irgendwie wieder länger Als eine Stunde Da habe ich Bock drauf Ja und allgemein Nächste Woche Montag Wenn man dann zu Hause ist Hat man es geschafft Paul Dann haben wir es geschafft Also Montag ist schon Der Anfang vom Ende Äh Ne Montag Morgen Also Donnerstag Ist ja Also für euch War Ist es Es beginnt es ja gerade Ja also Genau Wir schreiben morgen Mathe Klassenarbeit Ah Das Schlimmste vielleicht Aber dann Montag kommt Und nochmal Schöne Geschichte Ähm Bei Bei einem Lehrer Ich habe es gerade fast rausgehauen Ich habe es jetzt wirklich fast rausgehauen Äh Es muss man auch sagen Ja Es ist Wir hatten eine Gestern bei einer Probeaufnahme Die um die 40 Minuten ging Äh Hatten wir eine sehr große Diskussion geführt Ob dieser Lehrer Äh Der größte Wichser auf Erden ist Oder Ehrenmann Also Ich kann sagen Teils Teils Es kommt drauf an Aber ich würde ihn schon eher In die Kategorie Wichser einstufen Es kommt mit einer Aktion Die war halt schon sehr heftig Die können wir ja mal erzählen Das macht ja Okay also Der Lehrer ist sehr anfällig darauf Wenn man Dass man Also er hasst es Wenn man nicht zuhört im Unterricht Ja Also er ist wirklich der einzige Lehrer Der hingeht und die Handys einsammelt Und einmal Saß einer Quasi So Halb verschlafen So Kopf unten So auf die Arme drauf So gelegt Und er geht Und diese Person hat immer so ein Stateboard dabei Ja Stopp 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 Wenn Wenn Das mit dem Skateboard Kannst du gleich erzählen Er geht Also er schlendert Der hat so die Hände in der Tasche Und schlendert dann so leicht hüpfend So dahin zu dem Platz So Weiter Ja dann Ähm Geht er dahin Zu diesem Skateboard Tritt da mies gegen Also er ist nicht so So angestimmt Sondern wirklich Mit Kraft dagegen Und geht einfach wieder weg Ja Ohne Worte Ja also Vor allem Vor allem haut er dann auch noch raus Weißt du Wir haben Geschichtsarbeit geschrieben Die meisten dachten Die haben so richtig geile Texte geschrieben Gut analysiert Dann Da ging es Da ging es darum Eine Karikatur zu analysieren Ja Ähm Es geht Ja um eine Karikatur So Hat man denke ich mal ganz gut analysiert So Dann Ja äh Also Meistens stand dann irgendwie so Ja Unaus Unzureichend Ähm Erklärt Oder Oder Zu wenig in die Tiefe gegangen Und dann haut er halt noch Bevor die Arbeit austeilt raus Ja Bei denen wo es nicht so gut gelaufen ist Kann man nichts machen Aber die meisten bleiben halt auch auf dem Niveau Du kannst ja noch Mal erzählen Wie Du kannst ja immer ganz gut nach Nacherzählen Wie Wie das passiert ist Ne also erstmal ist lustig Dieses Ding Bevor wir das endlich mal zurückbekommen haben Es sind ja erstmal ein paar Wochen vergangen Ja Er hat einmal behauptet Er hat einmal behauptet Dass er das irgendwann mal reingeben wird In der Pause Ist nie passiert Äh Also dann hat er es irgendwann endlich gehabt Und alle kriegen das wieder Und man hat so Alle dachten so Okay Kurz easy gute Note abholen Und dann sieht man ein trauriges Gesicht Ein zweites Schockiertes Gesicht Dann sehe ich nur Ronny So depressiv auf seinem Blatt drauf starren Und er geht wirklich hin Ja Also Vom Wechsel von Oberschule auf Gymnasium Da sind die Noten erstmal schlechter Ist noch nicht schlimm Aber Man muss eben sagen In Geschichte Bei den meisten bleibt das auf diesem Niveau Und alle gucken den so ganz verstört an Ja Weil Ey Der Schnitt dieser Arbeit 4,8 oder so 4,8 Da war gut dabei ja Also Wow Das war Das war wirklich heftig Ähm Naja Gut So Da sind wir wieder Jetzt hat gerade bei mir an der Tür geklingelt Deswegen Waren wir gerade weg Äh Sollte aber nicht mehr lange gehen Die Folge Also Ja Leute Lasse was war geil Ähm Unser Geschichtslehrer ist noch geiler Äh Ja Wie beende ich jetzt die Folge Nee das kannst du machen Wie würdest du die Folge jetzt beenden Man könnte jetzt natürlich wieder so einen Geilen Cliffhanger machen So einen Spruch Den in der nächsten Folge wieder beendet Ja Falls das nicht aufgefallen ist War Ronny sehr stolz drauf Ja Bestimmt So also Wenn euch diese Folgenbesprechung gefallen hat Und ihr unbedingt wollt Mich nicht mehr zu hören Dann könnt ihr gerne die nächste Folgenbesprechung gucken Äh Ja Da will ich nämlich nicht mehr anhören Richtig Da bin ich nicht mehr anwesend Ähm Naja Naja doch Du bist ja dann nochmal anwesend Also er wird nochmal zu einer Last Folge dabei sein Ja Gut dass ich das jetzt erst erfahren habe Ja Gut Nee das hatte ich dir eigentlich schon mal gesagt So hörst du mir zu Schön Ja ich hab gestern gesehen Dass du mir immer vor zwei Nee vor einer Woche oder so Mich mal gefragt hast Ob ich dabei sein will Und ich hab das einfach überlesen Ja Siehste So läuft die Planung bei Watchers of the Screen up Jetzt wisst du ja Ja auf jeden Fall Schaut gerne nochmal herein Lasst ein Abo da Schreibt einen Kommentar Und dann sieht Ronny Euch nächste Woche wieder Hört Ähm Zusammen hören möchtet In einem anderen Podcast Ja dann Dann hört doch bald In Den Podcast Stammplatz Bereich rein Macht's gut Ciao Ciao Los Ja dann Oh Bier Ja dann Bier Ja dann condiciones Ich hab deja